... Oh, da sind sie! Ah, vom Filipen, oder? Keine Ahnung. Oh, das ist ja noch dabei. Ich weiß nicht, das sind mehr als 8, also kein... Ja deswegen ja. Also auf die... Wartet dann... Bleibt noch der Stick. Gehen wir von hinten hier auf die Hippies. Auf die Hippies. Und Westen ist Kaltrichtung. Schau. Gehen wir erstmal in Metz. Käthe? Komm ein bisschen zurück. Die Mids sind aber auch mehr. Die Mids sind auch mehr. Ich mess mal so mit. Mit mehr als Hippies? Ja ja. Dann vielleicht auf die Mids jetzt gehen. Hast du noch was? Voll. Die Wacht. Hier Troll. Kobold. So. Ach. Ich hab's heute Troll. Die Hippies gehen auf uns. Rechte Seite. Ja. Die müssen wir uns jetzt packen. Hier 11. Ich geh mal rup da hinten rein, die Wacht kommt. Einfach resisten. Was ist das? Was ist die Range man? Was ist die Baffe? Ah. Metz. Wir sind jetzt da mal allein gegen die Hippies. Ja. Und der allein ist weg. Clemens klein. Clemens. Zweite Gruppe kommt gleich wieder vom Wasser. Ja dann lasst mal. Sieht die mal genau. Hier schön um die Eckigkeit. Wir müssen das mal aufpassen, dass die nicht von der Seite reinkommen. Oder von der Seite reinkommen. Oh ich finde das Stunt. Syrani viel Damage. Was? Schau. Ah. Was? Ich hab die gemäßt. Ja den Schaar. Oh. Ich hab'n Luri drauf. Okay. Luri. Hier hab'n Luri jetzt. das war jetzt kein acht oder nein es ist viel mehr wie es um was da steht 20 stück ich kann es aber ich habe es auch verpasst gerade zwei prozent mana es ist jetzt hier leck oder was die buffer jetzt können wir pushen der brücke gucken pd zu naja die ganze zeit schon schar die baffe kälte man die baffe auch noch einen cast ok dann bitte Der will Tarsch aktivieren, ja. Alter Schwede. Geiler Fight. Vorsicht, Leute, Leute, Leute. Nach dem Auto. Merlin.